Irgendwie ist mir ganz elend zumute. Ich fühle mich schon seit heute Morgen so zittrig und kalt. Dabei kommt später noch Peters neuer Kollege zum Essen. Mit seiner Frau. Ich weiß gar nicht, ob ich mich dieser Herausforderung stellen kann. Ich bin so saft und kraftlos. Ich schaffe es ja nicht mal lauwarm zu werden. Ich brauche den Bosch-Werkskundendienst. Bitte einen echten Experten. Schnell! Ah, da ist ja mein Retter. Ich bin sicher, er hat alles dabei, was ich brauche. Was soll ich machen? Husten vielleicht? Oder mal richtig ein- und ausatmen? Jetzt ist bestimmt gleich alles wieder gut. Und was kommt jetzt? Was, alles schon vorbei? Mann, fühle ich mich gut. Ich könnte 10 Truthähne braten oder Schweine braten mit großer Krust oder Ente à l'Orange oder doch lieber einen richtig guten Apfelstrudel für die Gäste heute Abend. Der Bosch-Werkskundendienst. Damit Ihr Backofen wieder das tut, was Ihr am liebsten macht. Der Bosch-Werkskundendienst. Der Bosch-Werkskundendienst. Der Bosch-Werkskundstimmen. Der Bosch-Werkskunden. Der Bosch-Werkskundenskund. Er schync, dass ich aussch BI. Der Bosch-Werkskundzent markierende Blut. Im Tage. Haberi-Word, der Bosch-Werkskundendienst.